Großer Stellenwert. Die Möglichkeit über sechs oder sieben Spiele sind es dann, glaube ich, einen Titel zu gewinnen. Das ist das, was wir alle wollen. Darauf arbeiten wir alle hin und dementsprechend ist der Stellenwert natürlich auch groß. Also das kann ja nicht sein, dass man sich komplett abhängig macht von einem Spieler. Oerling ist wahnsinnig wichtig für uns und er fehlt, gar keine Frage. Und trotzdem, ich habe damals davon geredet, wir müssen uns neu erfinden, so neu müssen wir uns auch nicht erfinden. Wir werden jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, sondern wir haben jetzt natürlich nicht die Physis vorne drin von Oerling, sondern haben möglicherweise andere Spielertypen, haben jetzt in Bielefeld mit reingespielt, ein bisschen andere Ideen dann auch gehabt. Ich glaube, dass es ein Pflichtspiel gegen einen Zwotligisten ist, wo wir unbedingt eine Runde weiterkommen wollen. Und der Gegner hierher kommt aus einer sicherlich für sich nicht sensationellen Situation und deswegen natürlich auch nichts zu verlieren hat. Sondern probieren wird, hier einfach mal auch weg vom Alltagabstiegskampf, zweite Liga, einfach das beste Spiel des Lebens zu machen, um an einem bestimmten Tag dann auch Borussia Dortmund wehtun zu können, Borussia Dortmund schlagen zu können. Wenn wir anfangen, rumzukrümeln, glauben, dass der Tabellenletzte der zweiten Liga kommt und es mit ein paar Prozent weniger geht, wir keinen Fokus haben, sie einladen, in Kontersituationen zu kommen, das ist das, was sie sicher wollen. Die gute Nachricht ist, dass sich keiner verletzt hat in Bielefeld. Ansonsten gibt es keine weiteren guten Nachrichten, kommt keiner zurück. Daniel Mahlen hat leicht einen Markendarm-Infekt, wird heute nicht trainieren können. Müssen wir sehen, wie sich das bis morgen entwickelt. Wir sehen uns auch, wie wir uns auf der Rolle hinweisen können.